Lara wohnte in einem eigenartigen, modernen Haus. Strahlend weiß und ungewöhnlich. Irgendwas zwischen einem kalifornischen Art-Dekot-Bau und einem britischen Küstenbungalow. In der Auffahrt stand der blaue Renault, mit dem sie gefahren war, als sie mich besuchte. Da das Haus in den Hang hineingebaut war, befand sich der Garten auf einer niedrigeren Ebene. Es war ein schöner Garten, mit Rasen, einer Clematis und einer Kamelie, die auf den Frühling warteten, und einer Palme mit braunen Wedeln, die alles andere überragte. Ich klingelte voller Energie durch die Bewegung an der frischen Luft und plötzlich fast am Verhungern, weil ich den Teil meines Plans, der das Frühstück vorsah, vergessen hatte. Von drinnen waren schwere Schritte zu hören, und die Tür wurde aufgerissen. Laras Mann war breitschultrig und blond. Das leichte Grau war in dem hellen Haar kaum zu sehen. Er trug Jeans, einen weiten Pullover und die Hausschuhe eines alten Mannes. Ich nahm all das wahr und bemerkte gleichzeitig, dass sein Gesicht, als er mich erblickte, noch länger wurde, und es war schon vorher nicht fröhlich gewesen. Hallo. Ich versuchte, mich an seinen Namen zu erinnern. Hallo, ich bin Iris. Wir haben uns schon mal gesehen. Ich bin eine Freundin von Lara. Er unterbrach mich. Ja, Lara. Wo ist sie? Ich starrte ihn an. Wo sie ist? Ist sie bei dir? Hast du eine Nachricht von ihr? Was ist passiert? Seine Stimme wurde lauter. Wo ist sie? Sag es mir. Wo ist sie? Was ist mit meiner Frau? Bist du sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Fragte er wieder. Hast du etwas von ihr gehört? Wann hattet ihr das letzte Mal Kontakt? Warum geht sie nicht ans Telefon? Warum bist du hier, wenn du gar nicht wusstest, dass irgendwas nicht stimmt? Ich saß auf der Sofakante. Das Wohnzimmer war hell, sogar im blassen Morgenlicht. Sie hat sich verspätet, sagte ich. Es kommt oft vor, dass Leute später nach Hause kommen. Ich überlegte, ob ich ihn fragen konnte, ob ich einen Kaffee haben könne. Denn es war klar, von sich aus würde er mir keinen anbieten. Ihr Zug, wie ihr Mann sagte, war pünktlich um 7.38 Uhr eingetroffen. Aber sie war nicht mit ihm gekommen. Sie nimmt immer diesen Zug, erklärte er. Und jetzt ist der nächste Zug bereits durch. Und in dem war sie auch nicht. Sam, so hieß er. Ich war mir dessen fast sicher. Sicher gibt es einen Grund dafür. Vielleicht hat sie ihr Handy verloren. Vielleicht hatte der Zug Verspätung oder ist irgendwo stehen geblieben, wo es keinen Empfang gibt. Er starrte aus dem Fenster, auf die Station Farmouth Hafen hinter dem Haus. Es war ein fabelhafter Aussichtspunkt, um die ankommenden Fahrgäste zu mustern. Niemand konnte hier aussteigen, ohne dass Sam ihn sah. Sie arbeitet so hart, verbringt ihr halbes Leben im Nachtzug und das alles, um unsere Schulden abzubezahlen. Wie auch immer. Wo ist sie? Er stand kurz vor dem Zusammenbruch. Und so wenig ich es auch wollte, ich wusste, ich würde die Sache in die Hand nehmen müssen. Sam, wir müssen die Bahngesellschaft anrufen. First Grade Western. Ich habe auf der Website nachgesehen. Da stand nichts. Könntest du noch mal nachschauen? Natürlich. Und kann ich etwas Kaffee machen? Du siehst aus, als könntest du einen brauchen. Im Espressokocher ist welcher. Ich mache ihn immer kurz, bevor ich sie zurück erwarte. Kipp ihn weg, er steht schon zu lange. Sein Gesicht fiel wieder in sich zusammen. Und ich musste ihn auf einen Sessel drücken, bevor ich ging, um mich um den Kaffee zu kümmern. Auf einem Teller lagen vier Croissants. Aber mir war klar, es wäre eine grobe Taktlosigkeit gewesen, eins davon zu essen. Ich konnte unmöglich die Person sein, die in sein Haus kam und das Croissant seiner vermissten Frau herunterschlang. Ich kippte den alten, kalten Kaffee aus und hielt nach einem Topf Ausschau, um etwas Milch warm zu machen. Fremde Küchen sind schon merkwürdig, dachte ich. Es lag eine seltsame Intimität darin, zu versuchen, sich darin zurechtzufinden, zu überlegen, wo die Tassen waren und wo der Kaffee aufbewahrt wurde. Kurz tat ich so, als wäre ich Lara. Als wäre Kaffeekochen in dieser Küche eine häusliche Aufgabe, die ich ständig erledigte. Plötzlich traf mich die Erkenntnis wie der Blitz. Sam langweilte sie. Er war langweilig. Sie nicht. Vermutlich hatte sie ihn verlassen. Ich ließ mir Zeit und gab Kaffeepulver in den richtigen Teil des Espressokochers. Alles, was ich hören konnte, war Sams schweres Atmen. Und meine Gewissheit, dass sie sich nur melden würde, um zu sagen, dass sie nicht mehr nach Hause kommen würde, wuchs. Am Heiligabend war sie nervös gewesen. Es gab Dinge, die sie mir nicht erzählte. Laut der Website war der Zug pünktlich in London losgefahren und pünktlich in Truro eingetroffen, bevor er pünktlich am Endbahnhof Pensans ankam. Der Bahnhof in Pensans war allerdings momentan gesperrt. Aufgrund eines Zwischenfalls. Das heißt normalerweise, dass jemand vor den Zug gesprungen ist, dachte ich. Der Zug war also angekommen, aber ohne sie. Sie hatte beschlossen, heute nicht nach Hause zu kommen. Ich scheute davor zurück, auf dieses klar auf der Hand liegende potenzielle Szenario hinzuweisen. Sam saß am Tisch vor dem Fenster, von dem man den Bahnhof sah, und versuchte alle paar Minuten, sie auf ihrem Handy zu erreichen. »Wo wohnt sie in London?«, fragte ich und legte die Hände um meine Kaffeetasse. Er wandte den Blick nicht vom Bahnhof ab. Eine Weile hat sie bei ihrer Schwester übernachtet, aber das ging nicht mehr. Sie ist in ein Hotel gegangen. Furchtbare Idee, finanziell gesehen. Aber es hat sie glücklich gemacht. Glaublich, glaube ich wenigstens. Dann ruf im Hotel an. Ich sah, wie er darüber nachdachte. »Würdest du das tun?« »Ach, entschuldige, ich kenne dich nicht einmal. Würdest du im Hotel anrufen und nachfragen, ob sie abgereist ist?« Er wirkte mit jeder Sekunde elender. Es dauerte Ewigkeiten, bis ich endlich einen Menschen an der Strippe hatte. Aber schließlich sprach ich mit einem Mann, der energisch und tüchtig war und mit leichtem osteuropäischen Akzent sprach. »Lada Finch?« »Oh ja, sie kommt immer am Montag. Und sie verlassen das Hotel immer am Freitagmorgen. Auch diese Woche. Sie hat gestern ausgecheckt. Gibt es ein Problem?« »Ja«, erklärte ich entschieden. »Gibt es. Sie wird vermisst?« Das verblüffte ihn. »Vermisst?« »Weiß die Polizei Bescheid.« »Wir wollten sie gerade anrufen.« Ich schaute zu Sam hinüber. Ein Zug war in den kleinen Bahnhof eingefahren, mit gewaltigem Bremsengekreische. Und Sam stand am Fenster, die Hände an die Scheibe gepresst. »Wenn Mrs. Finch vermisst wird, sind wir nur zu gern bereit, in jeder erdenklichen Weise zu helfen. Ich würde Ihnen allerdings dringend raten, die Polizei zu verständigen.« »Danke«, sage ich. »Kann ich Ihnen eine Nummer geben, nur für den Fall?« Ich hatte keine Ahnung, wie Sams Handynummer lautete. Also gab ich ihm meine. Dann entdeckte ich eine an den Kühlschrank gepinnte Postkarte. Festnetz 551299. Diese Nummer gab ich ihm auch noch. »Ich bin sicher, dass sie gesund und unversehrt wieder auftauchen wird«, sagte er. Es war derselbe Ton, den ich Sam gegenüber angeschlagen hatte. Ich bin sicher, dass sie wieder auftauchen wird. Ich bin sicher, wie er, es hat sich immer wieder auftauchen wird.